Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die meisten Menschen leiden jahrelang an Alterskrankheiten wie Krebs, Alzheimer, Herzinfarkt, Schlaganfall und Diabetes Typ 2. Zudem sind Alterskrankheiten die Todesursache Nummer 1. Mit den heutigen Biotechnologien könnten wir jetzt wirksame Medizin gegen diese Krankheiten entwickeln. Mithilfe einer solchen zukünftigen Medizin würden alte Menschen körperlich und geistig fit bleiben. Die Partei für Gesundheitsforschung will mehr Staatsgelder in die Forschung leiten, damit diese Medizin schneller entwickelt wird und sie auch noch Menschen zugute kann, die heute bereits älter sind. Die zusätzliche Forschung soll pharmaindustrieunabhängig sein, also an staatlichen Instituten stattfinden. Für eine Zukunft ohne Alterskrankheiten wählen Sie die Partei für Gesundheitsforschung. Auf die Gesundheit kommt es an. Mehr Informationen unter www.parteifürgesundheitsforschung.de